stehe bereit und los vorwärts bringen wir es zu ende dann machen wir auch gleich hier oben dass wir die beiden zugänge gesichert haben es scheint ja hier noch einen zugang zu geben den wir sichern müssen ja und so wie es aussieht also erst einmal euch den Holzfäller richten lassen so wie es aussieht können wir gut und gerne noch die restlichen Truppen mit Menschen füllen ich sehe nämlich nirgendwo noch eine auf mein Zeichen und los vorwärts folgt mir sofort und los verstärkt die Deckung also ja wir können uns umgucken das ist die Arena in die wir gerade nicht rein wollen haltet durch Männer ja sofort zu euren Diensten greift sie an die Rune befehlen schließt sie an auf dem Weg haltet durch Männer nicht da vorne stehen au sie sind überall schließt die Reihen du kannst nicht gewinnen was ist hier so stark dass es mir die Leute so leicht wegtötet du kannst nicht gewinnen verstärkt die Deckung du schlägst mich nicht unverzüglich sie sind überall ich gewinnen na glaube ich ist es das beste wenn wir das unterste Tor öffnen wir sind bereit also ja neue Hunde fünf Kleriker wären nicht schlecht zu haben zu befehl unverzüglich vorwärts Krieger wo wir erstmal wieder heilen und Alia heilen haltet durch Männer sie sind überall erwarte Befehle Marschbefehl auf meinem Befehl ja vorwärts so damit haben wir den zweiten Zugang gesichert mir nach gucken wir uns mal den dritten Zugang noch an mir nach das wäre es mal die Zugänge gesichert sofort in die Schlacht die Rune wird sofort ausgeführt ich bin hier schlagt sie zurück die Rune ruft sie sind überall so der Zwerg macht die feindlicher Angriff was willst du nicht sie sind überall der Praetorianer muss noch weg da wird es etwas einfacher halte durch Männer stehe überwinden so du etwas näher dass du auch weiter drauf schießt schlagt sie zurück halte durch Männer natürlich diesmal halte der Zauber ab aber er ist trotzdem tot oder ich komme von hier aus gut zum oberen dann nehme ich den oberen Durchgang so was was habe ich denn hier alles wir sind bereit würde ich sagen noch mehr Fernkämpfe auf jeden Fall auf mein Kommando folgt mir dann gucken wir mal kurz wie es hier oben vorwärts vorwärts zur Ehre Aonius ja ich glaube wir kommen am besten zu auf dem Weg folgt mir dem oberen Schnell durch ich hoffe mal es gehen nicht alle gleichzeitig auf und los ja wir können hier rum an der Oase vorbei so das heißt ab mit der Oase dass wir Truppen kriegen von ihr und ja gegen Untote vielmehr Paladine auf jeden Fall die Winde haben mir von euch berichtet Sturmbote ihr seid hier um dem maskierten Tod Einhalt zu gebieten zuerst einmal bin ich hier um eure Stadt zu befreien ich muss eure Grenztore öffnen sonst kann mein Heer euch nicht helfen der Weg zu den Toren ist von den Untoten bereits besetzt dann werde ich mich dorthin durchkämpfen müssen brauche ich einen Schlüssel für die Tore nein von dieser Seite der Berge aus sind sie einfach zu öffnen ihr braucht nur viel viel Glück und Mut nehmt einige unserer Jäger mit Jen Quai ist ihr Anführer sie werden euch vertrauen danke Uro wenn das hier vorbei ist haben wir viel zu bereden wohl wahr ich bete zu den Winden für euch gut noch mehr Erfahrungspunkte es kann sein dass wir Level 42 erreichen das sollte aber dem Gladiatoren Training keinen Abbruch geben solange wir nicht 44 sind gut auf meinem Befehl schnell mir nach wie gesagt nehmen wir das obere Tor noch mehr Paladine wir sind bereit dann brauchen wir auch mal zur Abwechslung das ganze Report war Kontrollgruppen erwarte euer Kommando da sind meine Flieger euch will ich nicht ich will einsatzbereit euch erwarte Befehle so jetzt fehlen noch die Paladine auf meinem Befehl vorwärts wie gesagt ich hoffe wir kommen hier durch dann sind wir auch an den Schar vorbei und an den Türmen und können die Stadt von oben nach unten aufräumen auch hier oben was wir mal zwischendurch machen sollten ist speichern wir sind ja wieder soweit gekommen vorwärts auf mein Zeichen sofort schnell mir nach einsatzbereit erwarte Befehle ihr habt gerufen auf eilenden Schwingen hier sofort schnell mir nach in die Schlacht haltet durch Männer du schreckst mich nicht so es war irgendwie klar dass die Schar uns auch angreifen werden haltet durch Männer du kannst dich alles klar vorwärts Krieger schlagt sie zurück verstärkt die Deckung schlagt sie zurück alles klar verstärkt die Deckung zu Befehl haltet durch Männer feindlicher Angriff schlagt sie zurück sie sind überall sie sind überall schlagt sie zurück verstärkt die Deckung sie sind überall okay wie kommt wie kommt wie mache ich das auf da ist der Grenztore verteidigt euch haltet durch Männer kämpft kämpft verstärkt die Deckung verstärkt die Deckung verteidigt euch verteidigt euch rotz wurde der Heilungs 16 ja okay schlagt sie zurück die Rune befehl alles klar so werden wir die weißen Magie dann doch Zeit zu sterben sie sind überall verteidigt euch feindlicher Angriff für das Versicht Ausschüsse für das Nord fließt die Reihen da war es also nicht halt gebt mehr schlafen kämpft bereits in die Schlacht zurück mit euch gut jetzt können wir öffnen oder den Schlüssel verwenden das Tor öffnet sich hey hier oben wird tatsächlich ein Zwergenmonument der Greif wartet schon Schenker uns günstigen Willen Schenker uns günstigen Willen sind bereits in der Luft du schreckst mich nicht ja ihr habt gerufen auf eilenden Schwingen dann kommt drei in Armee Einsatzgebiet sichern Befehl verstanden ihr habt gerufen auf eilenden Schwingen erwarte Befehle Befehl verstanden Augen offen halten ok die Augen offen halten Fernkämpfer bitte mal durchlaufen damit die Nahkämpfer auch reinkommen sie haben es auf uns abgesehen und ja hier oben ist tatsächlich eine kleine Zwergenstadt sie schlagen zu die wie sie aber sie 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 Vielen Dank.